Subta-Parshva-Sahitasana ist die liegende Seitposition. Ausgangsposition ist die liegende Stellung. Von hier hebst du ein Bein hoch, zum Beispiel das linke, und fasst mit der linken Hand an den Fuß und spreizt das linke Bein nach links weg. Also so weit wie möglich nach links, nicht zu nahe zum Körper, sondern Parashva zur Seite. Und dann schaust du mit dem Kopf nach rechts, also zur anderen Seite hin. Eventuell ist es auch noch schön, den rechten Arm nach rechts auszustrecken, und so hast du gleichzeitig eine gewisse Drehung, während du eine gewisse Vorwärtsbeuge vom Standpunkt des Beines hast. Vielen Dank. Vielen Dank.